Das schreit ja sowieso alles hinterher nach Assembler, aber ich will so viel wie möglich in Basic machen auf jeden Fall. So, unter anderem müssen wir das Objekt jetzt natürlich ausgeben. Da muss ich mir jetzt mal kurz überlegen, wie mache ich das denn jetzt hier am besten? So, ich habe also für jede Ansicht, also in Blickrichtung, für jedes Feld, was man sehen kann, habe ich hier einmal eine Position, die ich setze für den Cursor. Und dann printe ich danach das Objekt. Das heißt, ich könnte die Position immer setzen, die bleibt nämlich immer gleich. Jedes Objekt hat nur den gleichen Platz, wo es dargestellt werden kann. Also ich habe zumindest mal jetzt nicht geplant, außer vielleicht hinterher mit Sprites das so zu machen, dass ein Objekt aus diesem Würfel aus der Ansicht rausgucken kann. Also es wird jetzt nicht irgendwie eine Säule geben, die jetzt drei Felder einnimmt oder sowas. Das wird es nicht geben. Von daher könnte ich immer die Position machen, je nachdem, welches Feld jetzt gerade ausgegeben werden soll. Und dann bräuchte ich, statt hier immer den Print mit dem Return zu machen, einfach nur das entsprechende Objekt ausgeben, von dem Objekt, was da ist. So, im Moment laufe ich ja hier mit on goes up. Wie spare ich mir die denn jetzt am besten ein? Oh, es gibt ja nichts Fieseres als kalter Kaffee. Ich hatte mal so einen schönen Laptop, der hat immer an der Seite so die heiße Luft rausgeblasen oder die warme. Wenn man den Kaffee daneben gestellt hat, dann blieb der ewig warm. Das war total praktisch. Habe ich jetzt leider hier nicht mehr. Aus dieser schönen Tastatur kommt leider keine Luft. Schade eigentlich. So, nichtsdestotrotz, ich habe also hier oben jetzt, hier springe ich rein und dann gehe ich einfach alle Sichtfelder durch und gucke, ob da ein Objekt ist oder nicht. Also nichts passiert einfach nichts und wenn da was ist, dann wird es ausgegeben. Jetzt hier noch so fest. Das heißt, ich müsste jetzt hier praktisch für jede Zeile, die hier steht, einmal die Position des Cursors setzen auf die entsprechende Zeile und dann bräuchte ich danach einfach nur noch das Objekt mit der ID DK% in Klammern SF in Klammern 0. Da steht nämlich die ID von dem Objekt drin, Komma und dann in diesem Fall wäre es Komma 2 ausgeben. Den String. Das heißt, ich setze einfach immer die Position und kann mir diesen ganzen Go's Up, On, Go's Up gedöhnt, hier unten, den kann ich mir dann, das kann ich mir sparen. Ich muss ja sowieso jede Position setzen. Das heißt, ob ich das alles in eine Zeile rein kriege? Ich kann ja erstmal gucken, ob das Objekt überhaupt sichtbar ist. Also im Moment kann ich einfach prüfen, ob das hier 0 ist, wenn das 0 ist, dann braucht gar nichts gemacht werden. Also wenn das größer 0 ist, dann setze ich die Position und gebe das den Objekt String aus. Wäre jetzt so meine Idee. Ich sehe gerade, ich habe mich hier für so einen Quatsch, hier lasse ich mir echt hier vorne voll den Platz bei den Zeilen und bei den anderen Sachen, wo ich den Platz dann immer brauche, da habe ich dann immer das Problem, dass ich nicht zurechtkomme. Na ja. So, gucken wir doch mal, hier geht es in die 159. Das Gute ist, ich kann mir jetzt die Poke-Zeilen von oben einfach hier runterholen. Ich habe ja hier jetzt von der 66 bis zu 70 erstmal Platz. Dann kopiere ich mir den Quatsch jetzt erstmal hier runter. Oder wie viel Platz habe ich denn da am Ende unten? Das geht jetzt hoch bis zu 320, 330. Ach, 331, da kopiere ich mir das jetzt erstmal hin. So, alles klar, los geht's. Ähm, da, stopp, stopp, stopp. So, die Zeilen wollte ich mir runterkopieren. Aber vorher gucke ich mal eben in den Chat. Was macht der On-Befehl? Der On-Befehl, der, ähm, warte, ich kopiere es mir eben runter, dann sage ich es gleich. Einen Moment. Ich, äh, jetzt bin ich gerade hier oben so schön. Was hat, oh nein, welche Notiz ist denn jetzt die richtige? Ich habe die lauter Zahlen stehen und habe mich nicht gemerkt, wo ich die Zahl, war das 331? Ich gehe nochmal runter und gucke nochmal. Ja, 331 wäre richtig gewesen. Der On-Befehl, ich ziehe ihn hier mal eben so auseinander, der prüft hier vorne, also On und dann gibt man eine Variable an. Und, äh, es muss eine numerische, äh, Variable sein. Und wenn da jetzt eine 1 drin steht, dann nimmt er hier hinten die erste Zeilennummer. Und jetzt könnte ich hier noch so, äh, einfach Zeilennummern dranhängen. Und wenn dann hier vorne in der Variable eine 2 steht, dann nimmt er die zweite Zeilennummer und springt da hin. Und bei einer 3 nimmt er dann die dritte Zeilennummer hier vorne. Der fängt glücklicherweise, äh, bei 0 anzuzählen, äh, bei 1 anzuzählen. Das heißt, wenn hier 0 drin steht, das ist ja bei mir in meinem Fall nichts, dann, äh, wird das einfach hier überlesen. Und dann springt er nirgendswohin. Das heißt, die erste Zeilennummer, die hier hinten steht, da springt er dann mit Go's Up hin, äh, wenn hier vorne eine 1 drin steht. Und mehr kann hier vorne eigentlich noch nicht drin stehen. Ich hab nur 0 und 1 im Moment. Und, äh, ja, das funktioniert auch mit Go's Up. Aber in diesem Fall brauch ich halt Go's Up. So. 331. Da wollte ich hin. Okay. Mal gucken, ob ich jetzt, wer hier so zielsicher stoppen kann. Ist ja immer so eine Sache. So. 331. Zack. Dann. 332. 333. 334. Jetzt hab ich natürlich nicht geguckt, bis wohin hatte ich jetzt Platz da unten. Hatte ich noch mehr Platz? Ich glaube, ja. Sonst hab ich gleich ein Problem. Ähm. 335. Ne, ich trau mich nicht. Ich hab nicht geguckt, ob ich genug Platz hab. Ich nehm erst mal das, was ich jetzt da hab. Und dann verwurste ich das erstmal unten. Ich muss ja sowieso erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, wunderbar. Äh, ich hätte noch mehr Platz gehabt. Auf jeden Fall. Gut. Man kann hier nachher den ganzen Rest runter kopieren. Das hier oben ist jetzt die Ansicht geradeaus und links. Da muss das Objekt, äh, aus dem Array 2 ausgegeben werden an der Stelle. Aber auch nur, wenn da wirklich was steht. Das heißt, ich kann jetzt hier sowas machen und jetzt gucke ich mal, ob das auch wirklich in eine Zeile reinpasst. Wenn das hier größer 0 ist, muss ich da eigentlich größer 0 schreiben? Eigentlich nicht, oder? Wenn es 0 ist, dann reicht das doch so, oder? Probier's mal schnell aus. In der 335 hätte ja Platz dafür. 335, ähm, A gleich 1, wenn A, dann, wie viel Platz habe ich denn da? 337. So, 336, print, nö, Ende. Und 337, print, x, Doppelpunkt, ben. Starte 335, so, x, und wenn das 0 ist, muss ich sie natürlich wegmachen. Ja, okay. Ja, braucht man nicht, alles klar. Wunderbar. Dann können wir uns das, äh, größer, gleich, kleiner, rumgekastbar ja sparen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges weggelöscht. Wenn ja, werde ich es merken. Nein, das war zu spät. Ausgabe, Ausgabe, Ausgabe. Okay, also nochmal, wenn hier was anderes drin steht als eine 0, dann, dann positioniere ich so wie in der Zeile 331 und gebe danach das Objekt aus. Und das sollte alles eigentlich in diese Zeile reinpassen, oder? Fogaz, P, Y, plus 5, Fogaz, P, X, plus 1, Syscp, print, ob, Dollarzeichen, in Klammern, ach, ey, vielleicht passt das doch nicht so, wie, ja, doch, ach, ich muss einfach, so. Sonst würde ich da rumkürzen, so. DK%, in Klammern, Sichtfeld Array, in Klammern, 0, Komma, und jetzt kommt die Position 2. So, passt doch wunderbar. Ja, wahrscheinlich, wenn das jetzt vorne Print ausgeschrieben ist, nicht mehr so gut, aber dann kann man ja noch die ganzen Leerzeichen rauskürzen. Ich probiere es mal aus. Print, ja, das passt doch noch alles wunderbar da rein. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Echt, ihr macht euch immer Sorgen. Kurzes If. Mit dem Final Cartridge 3 kann man den Code auch scrollen, ja, und mit dem, ich habe das XBasic Level 2 eine Zeit lang benutzt, da kann man den Code auch scrollen, solange man nicht irgendwann Run, Stop, Restore drückt, funktioniert das. Allerdings, was das gemacht hat, ist hier die Leerzeichen rauskaspern. Und dann kriegt man hier so Fließtextzeilen, wo man irgendwie überhaupt keine Übersicht mehr drüber hat. Und ich habe auch nicht geschafft, das vernünftig auszuschalten. Es gibt da eigentlich ein extra Befehl für, um das auszuschalten. Das hat noch nicht funktioniert, zumindest nicht bei dem XBasic Level 2. Und was noch war, und das ist beim Final Cartridge so, und auch beim XBasic Level 2, wenn man scrollt und hat eine Zeile, die über zwei Spalten geht, wie jetzt hier die 270, und man scrollt nach unten, dann ploppen beide Zeilen rein. Das geht. Wenn man dann wieder hoch scrollt und scrollt dann eine Zeile nach oben, und das ist nur eine einzeilige, dann scrollt die Hälfte von der 270 aus dem Bildschirm unten wieder raus. Die andere Hälfte bleibt stehen, aber wenn man dann wieder nach unten geht und hoch scrollt, dann ploppt die zweite Zeile von der Zeile nicht ein. Sondern es kommt danach direkt dann, in diesem Fall würde das die 275 sein. Und da ist es mir dann einige Male passiert, dass wenn ich dann irgendwas geändert habe und dann hier so schön so den Code durchreturniert habe. Warum dauert das so lange? Ah, da ist er. Okay. Dass dann die Zeile praktisch halb weg war und dann lief hinterher nichts mehr und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, es nervt mich weniger, wenn ich immer die List und dann mit Zeilnummern hantieren muss, als wenn ich da durchscrollen kann bequem. Das, naja. So viel dazu. Okay, weiter geht's. Ich musste, ah, jetzt muss ich das hier bei jeder Ansicht machen. Ich mache das jetzt erstmal nur bei der hinteren Ansicht und gucke mal, ob das überhaupt funktioniert. Obwohl, ich könnte das ja jetzt eigentlich schon testen, ob es funktioniert, oder? Das sollte ja jetzt so gehen. Es wird halt nur nicht mehr hoch in die Zeile gesprungen, sondern es wird direkt hier ausgegeben. Oder ändert man lieber erstmal alles und dann kracht es richtig? Nein, natürlich funktioniert das. Warum sollte es nicht gehen? Sind doch Profis. Was ist da denn passiert? Ah, ich habe hier die Semikolon finden nicht rausgemacht. Das ist natürlich nicht so schlau von mir gewesen. Da müssen wir nochmal hinterher. So. Wer ein Semikolon findet, darf es behalten. War das nur eine Zeile? Tatsächlich. Bei den anderen habe ich es wohl gemerkt. Na. Na, schauen wir mal. Bis hier läuft. Ha. Nur das eine vergessen. Ja, ihr habt das auch schon wieder gesehen. Und keiner sagt was. Bin mal gespannt, wie das Zeichnen so am Ende ist. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, wie gesagt, jetzt muss natürlich dieses Objekt Array immer durchsucht werden. Also der muss ja den String jetzt erst finden. Vorher habe ich den mit Print einfach gefeuert. Dann steht der Basic Pointer auf dem String. Und dann wird der einfach ausgegeben. Und jetzt muss der erst gesucht werden. Es wird also nicht schneller gehen. Es wird langsamer gehen. Aber es geht. Immerhin. Also da links, die Wand, ganz links, die wird jetzt quasi schon so ausgegeben. Jetzt muss ich nur den Rest so ausgeben. So. Schauen wir mal. Ist ja nur ein bisschen rumgecoded. Also das geht ja hier alles hucki zucki. Ja, wenn das. Dann. Und jetzt müssen wir uns unten. Ich glaube es wäre besser. Ich kopiere die Zahl einfach runter und ändere das ab. Das ist ja Quatsch. Das ist immer zu tippen. Also 275. Wenn das dann. Was haben wir denn da? Py plus 5 und Px plus 9. Das müsste ja unten die 332 sein. Und dann printen wir hier hinten. Ja, genau. Dann printen wir da hinten die 3. Ich war gerade mal kurz am überlegen, ob man, weil ich habe jetzt hier schon wieder Sachen einfach zweimal gemacht und runterkopiert, ob man das nicht irgendwie noch abkürzen kann. Aber mir ist jetzt auf die Schnelle nichts eingefallen. So, das letzte wäre dann plus 5 plus 5. Das meine ich. Ich ändere doch jetzt einfach nur das. Da kann ich doch zwei Variablen für nehmen oder nicht? Da kann ich doch sagen, die Variable 1 ist 5, die Variable 2 ist 5. Und die Objektansicht, die jetzt geprintet werden soll, ist in dem Fall jetzt 4. Und dann springe ich einfach immer da. Dann setze ich praktisch einfach immer nur die Variablen und springe mal eben in die Unterroutine, die das hier macht. Das dauert zwar länger, weil ich dann erst hinspringe und dann wieder zurückkomme. Danach mit Return. Aber eigentlich. Oder? Das könnte ich dann da unten. Da würde es sich ja anbieten, das dann nach der 330 zu machen. Ich halte das jetzt gerade für eine gute Idee in diesem Moment. Ich will jetzt aber jetzt noch mal kurz mir auflisten und mir das noch mal genauer überlegen. So. Bin ich schon vorbei? Ja, da ist schon das Objekt. Ich bin schon lange vorbei. Warum sagt denn keiner was? Wieso habe ich es nicht wiedererkannt? Habe ich es verunstaltet, dass ich es nicht wiedererkenne? Was ist denn da los? So, hier, da. Dungeon Ansicht ausgeben. Genau, weil da jetzt diese komischen langen Superzeilen sind da oben. Also ich könnte doch jetzt hier unten in der 331, da könnte ich doch sowas machen. Ja gut, die Zeilen habe ich jetzt schon hoch übernommen. Die kann ich jetzt überschreiben. Ist egal. 331. Da mache ich hier sowas und dann sage ich hier temporärer Wert 1. Oh, jetzt komme ich hier nicht weiter. Jetzt muss ich doch hier rumlöschen. Moment, so. Ein bisschen Platz brauche ich. Temporärer Wert 1. Hier könnte ich dann sagen, temporärer Wert 2. Und hier hinten könnte ich dann sowas sagen, wie temporärer Wert 3. So. Das mache ich dann unten in der 331. Und in der 332 springe ich einfach wieder zurück. So. Und dann brauche ich doch hier oben nur zu sagen, wenn da was drin ist, dann ist der temporäre Wert 1 gleich... Ne. Ne. Temporärer Wert 1 gleich 5. Der temporäre Wert 2 wäre 1. Das kann alles weg, 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 weg. Und dann wäre hier als letztes noch der temporäre Wert 3 2. 3 2 1. Und dann kann ich das ja... Ach ja, dann muss ich natürlich noch mit GoSub runter in die 331 springen. Das heißt, ich setze die Variate und dann springe ich hier runter. Dann wird das geprintet. Und dann kommt er wieder zurück. Und dann mache ich das jetzt immer so. Nur mit den verschiedenen Werten. Wir können ja mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Mal schauen. Bis hierhin geht's. Bis dahin geht's nicht. Au. Da habe ich... Ah, ne Schreckliches. Was habe ich denn hier? Dann das... Achso, hier. Dann sollte man vielleicht sowas machen. Gleich 1, nicht plus 1. Scheint zu gehen. Ist aber auch schon deutlich langsamer, habe ich das Gefühl. 42. Aha. Ah, etwas. Mal schauen. Wir können uns aber gleich den ganzen Rotz da oben schon mal sparen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Wir brauchen also jetzt hier einfach nur... Jetzt könnte ich auch 1er Schritte machen. Aber jetzt mache ich aus Prinzip... Überschreibe ich das jetzt mit 5er Schritten. Weil ich da einmal mit angefangen habe. So, was habe ich gelesen? Du nimmst jetzt DK% und den zweiten Index statt SF. Moment. Was meinst du? Achso, Moment. Äh, ja. Halt. Das IF kann ja jetzt hier raus. Erstmal. So, das kann ja... Das kann schon mal weg hier. Das wäre ja Quatsch. Dann kann ich das hier auch wieder so ein bisschen leserlicher gestalten. Also, Cursor positionieren. Ach, da brauche ich ja... Stimmt. Das Sichtfeld-Area, da brauche ich ja auch noch einen Wert. Aber den kann ich ja einfach auf das Sichtfeld-Area setzen. Also quasi so, ähm, T3, T4. Dann ist das hier jetzt T4. Nur der Ordnung halber, natürlich. Ich will ja nicht hier so, äh, ne? Unordnung schaffen in meinem Projekt. Ich habe das bis jetzt so sauber hinbekommen und so übersichtlich. Das möchte ich auf keinen Fall gefährden. So, und das T3 wäre ja dann praktisch das, was im Sichtfeld-Area drin steht. Oder kann ich... Also ich... Ich überlege gerade, ob das... Ob das schneller ist. Also, es wird jetzt nichts an der Zeit ändern wahrscheinlich. Aber ich suche ja hier dieses Dungeon-Area hier oben einmal. Nur um zu prüfen, ob da eine 0 drin steht. Und jetzt würde ich es hier hinten quasi nochmal durchsuchen, um den Wert, der da drin steht, nach T3 zu schreiben. Dann, wenn ich jetzt eh einmal durchsuchen muss, um das hier vorne zu prüfen, dann kann ich es ja auch eigentlich direkt nach T3 schreiben. Und dann T3 überprüfen und unten T3 benutzen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also irgendwie so, T3 gleich... Also irgendwie so, T3 gleich... Das... Doppelpunkt... Wenn... T3... Dann... Und dann kann ich mir das hier komplett sparen. Und jetzt ist es schon wieder unübersichtlich geworden. Weil ich jetzt hier T4 nehme. Egal. So, also... T3, da steht der Inhalt vom Dungeon drin. Auf dem Feld. Was für ein Objekt da drauf ist. Die ID von dem Objekt. Ähm... Dann gucke ich, ob die ID größer 0 ist. Oder ungleich 0 ist. Und dann setze ich hier die Positionsdinger temporär. Und dann springe ich nach der... Hier runter. Und dann kann ich nämlich hier auch das komplette Dungeon Array einfach rauslassen. Weil ich ja die ID von dem Objekt, das da steht, schon habe. So. Das sieht doch schon anders aus. Nicht besser, aber anders. So. Hm. Hm. Fieser. Kalter Kaffee. Jetzt ist es aber leer. Gott sei Dank. Okay. So, machen wir mal weiter. Ich, äh... Ich bin verwirrt und muss nochmal schauen, was ich mir jetzt davor hatte. Ja, ich wollte Listen vor allen Dingen. Das war als erstes. So. Na, zu viel. Okay, das ist jetzt nur die Ausgabe. Und ich muss jetzt praktisch hier alles einfach wiederholen. Beziehungsweise eigentlich muss ich... Genau umgekehrt. Ich muss es so rum kopieren, weil ich in der falschen Zeile rum geändert habe. Also. Ähm. Genau da ist es in Klammern 0. Das muss dann natürlich gleich erst in Klammern 1 sein. Jetzt ist es aber jetzt in diesem Moment gerade richtig, weil ich die Zahl ja nach oben kopiere. Aber die Position ist jetzt nicht mehr richtig. Was habe ich denn da jetzt? Moment. Jetzt bin ich... Halt. Stopp. So nicht. Ähm. Ich muss mir oben die Position nochmal holen. Jetzt bin ich komplett raus gerade. Es lässt nach. So. Da oben. Was haben wir denn da? Erst bei 0 ist es Y5 und X1. 5955. 5955. Ähm. 5159. So. Jetzt stimmt es wieder. Und in der nächsten Zeile. 5955. Und die Position ist 4. Logischerweise. Jetzt muss ich nur das SF in Klammern vorne reparieren. Und dann haben wir doch schon wieder alles. Ah. Komm. Da haben wir doch schon wieder alles im Lot sozusagen. Also gleich die ganzen einzelnen Zeilen hier oben löschen, mache ich nicht. Da werde ich dann wahrscheinlich eher so eine Basic-Erweiterung für benutzen. Die auch ganze Zeilen, Nummern, Bereiche löschen kann. So. SF in Klammern 0. SF in Klammern 1. SF in Klammern 2. Jetzt wird es repariert. So sollte das jetzt auch noch funktionieren. Wenn das jetzt funktioniert, kann ich jetzt hier einfach fortsetzen. Und dann wird alles gut. Mäh. Was habe ich getan? Wieso steht denn da eine 2 drin? Äh. Da darf keine 2 drin stehen. Ich habe wieder irgendwas vertauscht. Moment. Erstmal machen wir das hier wieder weiß. Nun, was tat ich wieder seltsames? Ähm. Anhalten hier. Ach, die Zeile 270 hier oben ist noch gar nicht, äh, gar nicht richtig beendet. Ähm. Monfisto, hallo. Danke für den Follow. Willkommen im Nerd Room. Ähm. Ja, weil ich die Zeile hier noch gar nicht so abgeändert habe, wie die hier unten. Da fehlt das T3 noch. Also, äh, 570, T3 ist SF in Klammer 0. Wenn T3, dann muss das 5 sein und das 1 sein und T4 nämlich 3. So. Jetzt stimmt es wieder. So müsste das jetzt laufen. Juhu. Oh, das ist aber, das sieht man aber genau links, rechts, Mitte, oder? Ja, erster Schritt 43, da hatten wir vorher 42, das ist also schon nochmal eine Ecke. Es ist eine 60. Sekunde, aber es ist natürlich langsamer. Ich bin mal gespannt, wie es hinterher wird, wenn man die Positionierungsroutine da reinbringt und dann praktisch nicht mehr erst poken muss, sondern das direkt in so eine Maschinenroutine reinfeuert. Die Zeile spalte und so. Hm, jetzt ist es schon wieder, es ist schon etwas langsamer geworden, aber das macht ja nichts. Es ist auf jeden Fall übersichtlicher, ne übersichtlicher nicht, aber es ist variabler, weil ich jetzt die Objekte auch irgendwie anders aussehen lassen kann. Ich kann ja einfach mal, ähm, ich kann ja gleich ein zweites Objekt anlegen, das kann ich einfach kopieren. Eine zweite Wand und die ist dann nicht weiß, sondern grau. So, da brauche ich ja nur vorne eben den, den Weißcode äh, äh, ändern. So eine Spielerei. Machen wir aber gleich. Jetzt äh, 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 jetzt ändere ich erstmal hier diese ganze Ausgabe. So, 85, da hätten wir dann hier eine 3 stehen. Allerdings, ähm, ich habe ja jetzt gar nicht mehr die, äh, die Zeilen von oben. Ach, herrje. Die muss ich mir erst von oben wieder hier, äh, runterkopieren. 3, 3, 4, ich nehme die hier jetzt mal raus, weil ich nicht mehr genau weiß, für welche, äh, Ausgabe die eigentlich sind. Und dann kann ich ab der 333, das werde ich mir ja wohl merken können, kann ich mir dann die, äh, Positionen von oben runter, kopieren. So, die ersten 3 da oben brauche ich nicht. Hm, ah, jetzt ist sie raus. Ärgerlich. So. Was war das? 333. So, 333, 334, 335. Das sind jetzt die nächsten 3 Positionen. Und jetzt nehme ich die restlichen dann auch direkt mit, würde ich sagen. 335, 336, 337 und die 338. So, schauen wir mal nach, ob ich dann jetzt noch rumeditieren kann, oder ob es zu weit ist. Ne, es geht. Wunderbar. Okay, also in der 85. So, da hätten wir also hier jetzt die 3, dann, ähm, die Position ist plus 5 plus 9. So, plus 5 plus 9. Und das wäre dann 5. So, dann kämen wir, das war jetzt diese hier. So, dann kämen wir unten auf die 90. Sichtfeld 5, 4, 6. Achso, es wird ja immer links, rechts, Mitte. Ich bin gerade etwas verwirrt, aber ich mache es jetzt trotzdem so. Die 5 müsste ja dann, äh, plus 5 plus 5 sein. Und 6 ist die Mitte. Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwo vertan. Aber diese ganzen Zeilen stehen ja noch oben. Wir können das ja gleich vergleichen, wenn seltsame Sachen passieren. Von daher. So, 95. Dann wären wir hier bei 4. 0, 1, 2, 3, 4. Das müsste jetzt eigentlich die Mitte sein. Aber die Mitte hatte ich doch jetzt gerade, oder nicht? Naja, 4, 1. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, 4, 1. Ich habe mich bei den Positionen vertan. Ich habe mich links, rechts, Mitte gemacht hier. Da muss ich jetzt nochmal drüber gucken. Und zwar bevor jetzt alles hier, äh, in einem großen Aski-Salat endet. Also, links, rechts, Mitte. Sichtfeld 0, 1, 2. Wo hatte ich die Position drin? In Temporär 4, oder? Da unten ist die Zeile. Äh, Print T4. Das ist, T4 ist, als da. Also, 2, 4, 3 müsste da jetzt eigentlich sein. Das ist hier ja komplett falsch. Wie hat das denn gerade überhaupt funktioniert? Das verstehe ich nicht. Was habe ich denn da gemacht? Sichtfeld 0 ist 2 eigentlich. Sichtfeld... Ach, da hinten mache ich es noch in der Reihenfolge. Deswegen, 2, 3, 4, das passt schon so. Aber wieso stand denn hier jetzt gerade keine 2 drin? Ist ja eigenartig. Naja, also, ich habe ja eben schon gesagt, das Sichtfeld muss immer links, rechts, Mitte aufgebaut werden. Und, äh, nur bei der letzten Linie, da ist es egal, weil ich da keine Tiefe habe. Da muss ich nichts überschreiben. Das kann ich auch einfach links, Mitte, rechts machen. Das habe ich hier leider dann auch so gemacht, was mir jetzt auf die Füße gefallen ist. Na gut, so, hier habe ich nämlich jetzt wieder links, das ist rechts und das ist Mitte. So, das heißt, links, die Position behaupte ich jetzt einfach mal, die stimmt. Die habe ich ja einfach übernommen unten. Müssen wir gleich ausprobieren. Aber, ähm, 5 ist auch richtig. Dann muss das nächste, muss aber jetzt 7 sein. Und das hier unten muss 6 sein. So, so müsste es eigentlich, hoffentlich, sein. Wir schauen mal, was passiert denn. Das geht. Oh. Das sieht nicht original aus, würde ich sagen. Warum bist du, hallo? Was wird das, wenn es fertig ist? Das wird ein Dungeon Crawler in Basic geschrieben auf dem C64. Irgendwann, wenn es mal läuft. Da hängt was krumm, ja. Und zwar wird die Mitte an die Position geschrieben, die links sein sollte. Und das links wird dahin geschrieben, wo es rechts eigentlich hingehört, das Objekt. Ich habe die falschen Objektnummern, habe ich das Gefühl. Und eine Position ist falsch. Na, wir müssen mal sehen. Ich habe das ja von hier oben runter kopiert. So. Links ist 4,1. Rechts ist 4,9. Und Mitte 4,4. 4,1, 4,9, 4,4. 4,1, 4,9, 4,4. 4,1, 4,9, 4,4. Hier. So. Ha. Wunderbar. Läuft. Nur läuft es auch, wenn es sich jetzt hier irgendwie so reinfügen muss. Ja, läuft auch. Es sieht zumindest mal nicht verkehrt aus. Aber hier. Hier wird die Mitte wieder rechts gezeichnet. Falsche Objekt. Also der Durchgang müsste ja eigentlich geradeaus sein. Oh nein. Warum habe ich es angefasst? Warum habe ich es nicht einfach so gelassen, wie es war? So lief es doch. Oh. Warum hat mich denn keiner von euch davon abgehalten, hier irgendwie dran rumzukaspern? Mann, Mann, Mann. Ich muss mir oben die Position eben merken. Moment. So. 5,1, 5,9, 5,5. Hier zeichne ich nämlich doch links, rechts, Mitte. Das war irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt total durcheinander. Also. Position. 5,1 ist logischerweise links. 5,9 muss ja recht sein. Und 5,5 ist da Mitte. Also 5,1, 5,9, 5,5. Alles klar. Läuft. Stopp. So. Links 5,1 ist richtig. Mitte 5,5 und 5,9. So. Ich hätte jetzt auch einfach hier vorne das SF in Klammern 0,1,2, wie ich es jetzt hier habe, einfach ändern können. Wahrscheinlich war es auch vorher in der richtigen Reihenfolge. Vielleicht sollte ich das trotzdem machen. Es wäre auf jeden Fall sauberer. Moment. So. Das ist jetzt die Mitte. Und ich will ja immer links, rechts, Mitte zeichnen. Also mache ich das auch. Links, rechts, Mitte 1. Links, rechts, Mitte. Ja. So sollte es doch jetzt richtig laufen. Dann hätten wir ja schon zwei Ansichten, die richtig laufen. Das ist ja unglaublich, was hier passiert. Ja, tatsächlich. Jetzt ist auch der Eingang in der Mitte. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt mal hier noch einen Schritt in diese Richtung gehe und mich nach da hin umgucke, jetzt ist der Durchgang links. So muss er ja auch sein. So, jetzt gehe ich einen Schritt in die Richtung. Jetzt ist der Durchgang in der Mitte. Und jetzt gehe ich nochmal in die Richtung und gucke na da. Jetzt ist der Durchgang rechts. Wunderbar. Man hat hier so ein bisschen Fischaugenoptik. Die Gänge sehen, wenn sie weiter weg sind, breiter aus, als wenn man näher dran ist. Aber das ist halt so. Ruhig bleiben, bis die OP rum ist. Ach, Moment. Ich kann mir, das war ja ganz gut. Ich kann mir die Position ja ganz gut merken, wenn ich jetzt von oben runterscrolle. Ja, Frank, dann viel Spaß beim Coden. Dann leg mal los. So. Die Position. Vielleicht schreibe ich sie mir schnell hier irgendwo hin. Aber vielleicht merke ich sie mir auch einfach. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt näher an mir dran. Wo ist denn das hier? 2121222. Sieht das richtig aus? Ja, direkt vor mir. Das ist der Block vor mir. Der ist auf 21222. Genau. 2121222. Wieso ist das denn in Position 6? Ich schreibe es mir auf. 2121222. Das sieht mir irgendwie komisch aus. 21222 sieht mir eher aus, wie das direkt vor einem. 2 nach unten. 2 zur Seite. Und da ist dann... Ne, ich war zu nah ran. Das stimmt nicht, was ich da gesagt habe. Und ich glaube, irgendwas... Ich habe hier noch einen Fehler drin. Ich gehe mal hier an die Wand ran mit dem Durchgang. Durchgang in der Mitte. Ne, doch. Durchgang rechts. Und zwei Schritte in die Richtung. Gut, nochmal umdrehen. Na. Ne, doch. Das stimmt. Alles klar. Okay. Ich hatte erst befürchtet, es wäre falsch. Aber es war dann doch nicht falsch. Hier muss ich nochmal gucken. Da oben die ersten drei Positionen. Die zweiten drei Positionen. Das nächste ist dann doch da. 2121222. Oh, da sind halt die Positionen. Kann ich auch nichts für. Naja, wenn es funktioniert, dann... Gucken wir mal. So. 300. 4, 5, genau. 6. Ist die Seite. So. 2, 1. Und dann ist das hier das Feld 8. So. Dann 35. Ist auf der anderen Seite 8. Das wäre dann hier die 10. Und hier die 2, 11. Und dann fehlt noch 2, 2. Aber das ist so... Das kommt mir komisch vor, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich werde mir schon was dabei gedacht haben, wo ich das gerade gelesen habe. SF 7, äh... 2, 2. Und das ist dann aber die Position 9. Müsste das sein. Gut, dass ich es mir aufgemalt habe. Sonst wäre ich jetzt wieder verloren. Das nächste müsste jetzt auch schon gehen. Also, das geht. Das geht. Und jetzt... Ja, stimmt. Es ist einfach 2 vom Rand entfernt, der Block. Weil man ja so nah davor steht. Gucken wir nochmal, ob die richtigen Blöcke gezeichnet werden. So, jetzt ist es in der Mitte, genau. Jetzt muss man hier mal zur Seite gehen. Nach Norden gucken. Oder nach Süden. Hm. Ähm... Ja, so ist auch richtig. Und so ist auch richtig. Wunderbar. Dann fehlen ja jetzt nur noch die links und rechts, die beiden Blöcke. Das kann ja jetzt nicht mehr viel sein. Welche Positionen haben wir denn da? Äh... Auch 2, 11? 2, 2? Nee. Das da oben war noch Mitte. Das hier ist der. Das ist links und rechts. Und da haben wir die Position, äh... 1, 1 und... 1, 12. 1, 1, 1, 12. Ja, dann. 15. 9. 1, 1. Position 11. Und bei der 20. Sichtfeld 10. 1, Position 11. Und... Und da auch 12. So. Okay, jetzt ist vollbracht. Jetzt sollte es gehen. Senk hier. Ähm... Du hast nicht viel verpasst, glaube ich. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. So, gehen wir mal hier auf unsere Testwand zu. Oh, jetzt hier sind wir schon bei 44, 47, 54. Von 40, 43, 49. Aber das ist jetzt halt, wenn man die Variablen so benutzt, dann, äh... So, ja, links und rechts scheint zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwo die Möglichkeit, wenn ich mich jetzt nach links drehe. Genau, jetzt ist der Block rechts von mir nur. Alles klar, das funktioniert. Und jetzt ist der Block links von mir. Und das funktioniert auch. Ja, wunderbar. Ja, es ist halt noch so ein bisschen dieses Aufbau-Flair, was da irgendwie passiert, wenn man hier durch diesen Dungeon durchgeht. Dass die Objekte also wirklich alle so nacheinander gezeichnet werden. Das könnte man natürlich, wenn man so eine Kopierroutine hätte, um den ganzen Speicherbereich zu kopieren, irgendwo anders erledigen lassen. Also nicht im Bildschirmspeicher und dann einfach den Bildschirmspeicher rüber kopieren. Das wäre aber nochmal eine ganz andere Technik, als das jetzt hier mit Print zu machen. Wie gesagt, ich habe schon mal so eine kleine Locate-Routine geschrieben, die man einfach benutzen kann, indem man Zeile und Spalte angibt und dann den String dahinter abfeuert. Die würde ich dann hier jetzt dann hier unten benutzen an der Stelle. So, an dieser hier. Hier poke ich ja jetzt einmal einen Wert und dann poke ich nochmal einen Wert und dann rühre ich mit Sys die Routine auf, die dann sich die Werte da aus dem Speicher wieder rausholt und dann rumpositioniert. Und da wäre dann praktisch nur noch ein Aufruf mit Zeile, Spalte und dann den String dahinter. Eventuell, weil man sich dieses Gepoke hier vorne spart und das dann praktisch in Maschinensprache funktioniert, mit Parameterübergabe, könnte sein, dass das dann nochmal ein bisschen was bringt. Werde ich aber erst beim nächsten Mal einbauen. Jetzt werde ich erstmal gucken, wir können jetzt natürlich hier eine Menge Zeug rauslöschen. Und zwar eigentlich, Dungeon-Rahmen aufbauen nicht, aber hier, Dungeon-Ansicht aufbauen. 150 bis, bis wohin geht das denn? Diese ganze Ansicht-Geschichte hier, alles was jetzt hier vorbeiscrollt, das kann eigentlich alles weg. Bis auf das vielleicht da, bei der 204. 215. Genau, hier bei der 215. Da lösche ich nochmal den kompletten Dungeon und setze den Eimer zurück, dass da praktisch hier einfach nur der Rahmen ist, mit diesem Streifen am Horizont hinten, sage ich jetzt mal. Und dann werden die Blöcke drüber gezeichnet. Und das jetzt praktisch einmal die vorherige Ansicht löschen, dann werden die Blöcke gezeichnet. Das muss drinbleiben, 215, aber bis 210, also von 150 bis 210, kann ich eigentlich alles rauslöschen. Das brauche ich alles nicht mehr. Diese ganze Print-Geschichte hier oben, das ist schon mal weggespart. Dann habe ich wieder Platz. Vielleicht sollte ich sowieso mal eine Session machen, wo ich mal diese ganzen Zeilnummern überarbeite und so. Was mache ich denn hier oben? D, X, D, Y. Da, das Dungeon-Array, das kommt erst relativ, relativ spät. Also vorher wird hier noch was anders definiert, aber es ist ja ein Array. Ich glaube, die Arrays werden, werden die an den eigenen Speicherbereich abgelegt? Ich bin mir nicht sicher. Oder müssten die auch, wenn jetzt andere Variablen, also was ich meine ist, wenn andere Variablen vorher deklariert werden und ich dann erst das Array praktisch hier mit dem deklariere, liegt das dann auch weiter hinten im Speicher und die anderen Variablen müssen erst überlesen werden? Ich meine, ich kann das ja einfach mal austauschen. Warum nicht? Komm, wir machen da mal Zeile 1 und hier oben mal Zeile 2. Hier vorne könnte ich mich auch schon wieder aufregen über mich selber, dass ich hier so 0, 1, 2, 3 irgendwie so keinen Platz dazwischen lasse. Warum mache ich sowas immer? Ich verstehe das nicht. Na gut, so. Oh, jetzt geht's hier. Jetzt habe ich Schmuh gebaut. Das hätte ich besser gelassen. Was habe ich denn da gemacht? Das lief doch eben noch. Habe ich hier, ich habe doch gar nicht hier drin rumgetippt oder doch? Achso, Moment. DF ist wahrscheinlich hier. Ach, die Dungeon Felder. Ne, das geht gar nicht. Die benutze ich hier zum deklarieren. Deswegen geht das nicht. Hier sage ich, wie groß der Dungeon ist. Also 8 Felder mal 8 Felder. Und dann habe ich hier die kompletten Felder. Rechne ich hier aus, damit ich das hier oben vernünftig dimensioniert kriege. Ne, das muss leider in der Reihenfolge bleiben erst mal. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch, glaube ich. Das macht sowieso. Na. So, ich lasse es nochmal durchlaufen. Und dann gucke ich hier nochmal in den Chat. Die Variablen T1, T2, T3, T4 am Anfang auch schon mal definiert. Oh ja, sehr gut. Guter, ähm, guter Einwand. Sehr gut, sehr gut. Bevor ich hier den restlichen Kappes mache. Mache ich die denn jetzt auch, ja, sind so tempel. Also T benutze ich immer so als temporäre Variable. Die könnte ich eigentlich immer schon hier direkt am Anfang dimensionieren. Ich mache das einfach mal hier oben. Komm, dann machen wir das hier. T1, T2, T3, T4. Schon mal anlegen. I vielleicht noch, weil ich das immer zum Zählen benutze. Jetzt rückt natürlich mein Dungeon Array noch weiter nach hinten wahrscheinlich. Aber, äh, naja. Wie gesagt, es sind halt Basic-Aufrufe. Ja, wir sparen jetzt hier nicht mega Zeit, glaube ich. Aber es sind, ähm, man kann es ja, man kann ja alles tun, was man irgendwie tun kann, um Zeit zu sparen. So, ich gucke nochmal nach. Jetzt hatte ich wohin hier 42, 40, 43 und 49. Das war, glaube ich, so das Letzte, was ich gemacht habe. Jetzt bin ich hier schon mal 43, ist eins drüber. 40, hier bin ich 4 drüber, dann kam 43, dann bin ich 3 drüber und dann nochmal die 49, ja, da bin ich dann 4 drüber. Also wir sind jetzt 4,60 Sekunden langsamer wieder geworden. Naja, ich bin gespannt, wie das dann hinterher mit dieser Routine geht. So, wie dem auch sei, ich lasse es hier nochmal durchlaufen. Vielleicht zum Abtippen. Aber das nicht mit Abtippen hier. Das ist, ähm, äh, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das schmeiße ich dann noch raus. Das mache ich dann aber beim nächsten Mal. Jetzt nicht mehr. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich, äh, was ich beim nächsten Mal jetzt noch machen soll. Das könnte ich eigentlich mal eben überlegen. Die Ausgabe habe ich jetzt soweit umgemodelt. Oh, ich wollte doch noch ein anderes Objekt reinmachen. Das können wir noch schnell machen. Mal eben schnell. Das ist auch eine Aufgabe, die uns bis 11 Uhr beschäftigen wird. Dann, ähm, da durchgehen. Nulljahre. Naja, stopp, 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 stopp. Ach nee, ich muss jetzt viel, viel weiter nach unten. Denn, ich muss jetzt die ganzen Ansichten mitkopieren. Und nicht nur irgendwie drei Zeilen. Bis wohin geht das denn hier? Bis zu 436. Ach, lassen wir alles nochmal durchlaufen. Egal. Kriegen wir mal was. Nein, die Arrays sind in einem eigenen Speicherbereich. Nach den einfachen Variablen abgelegt. Also, wenn ich, wenn ich dann das Array aufrufe, dann fängt der auch da erst an zu suchen. Also, irgendwo in der Zero-Page wird dann die Adresse stehen, wo die, ähm, äh, wo die Arrays anfangen. Dann wäre es ja eigentlich egal, was ich da oben gemacht habe. Bis 436. Wie kopiere ich das Ganze denn jetzt? Ich müsste das hier jetzt eigentlich, jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt, ach, das ist doch ein Light. Ich habe gar nicht geguckt, bis wohin habe ich denn überhaupt Platz. Bis 499. Da ist also genug Platz erstmal. So. Ich muss ja die ganzen Zeilen jetzt runterkopieren. Das mache ich jetzt eben. 499. Und jetzt habe ich mir auch wieder nicht gemerkt, bis, äh, ab wann? 440 würde ich sagen. Da mache ich das zweite Objekt ab 440. Wie gesagt, das wird ja eh alles irgendwann nochmal geändert. 440 bis 400 bis so. Ich will die Wand kopieren hier. 400, ja, 42. Der Einfachheit halber nehme ich das einfach so mit. 440, 45, 46, 47, 48, 49, 49. Das war nicht so gut. Äh, 50. 51, 52, 53, 54. Ich bin jetzt hier schon mal 60. Tatsächlich. Also theoretisch. Ja, komm. Wir asen rum mit dem Platz. Ist ja egal. So. Nein, die 440, die habe ich gerade falsch aufkopiert. Die kann weg. Moment. So, 440. Oder? Was habe ich getan? Habe ich irgendwas, irgendwas habe ich doch gerade. War das richtig? 440, die war doppelt. Genau, ja. Habe ich mir, äh, ja. Ja, wusste ich, wusste ich. So, jetzt muss ich aber natürlich noch, ähm, das Objekt mal eben hier irgendwie, Moment, ich muss erstmal oben sagen, dass ich überhaupt mehr Objekte habe, weil das habe ich, glaube ich, hier oben, ähm, dem OB-Dollarzeichen, genau. Das muss ich jetzt auf 2 und OB muss ich auch auf 2 dimensionieren, weil da ist jetzt ein Objekt mehr drin. So, Objekte einlesen. Da ist nichts, da ist die Wand. Und bei der 400, da unten geht's los, glaube ich. So, hier. Eins war durchgängig, oder? Irgendwas habe ich doch jetzt hier, habe ich das von vorher kopiert? Ach, ich bin nicht sicher. Ja, so, wir brauchen also hier erstmal das Objekt 2. Äh, das ist durchgängig, das kann so bleiben. So, hier muss ich auch jetzt überall eine 2 abändern. Beschreibung und so ist egal. Ah, die Zeile 442 brauche ich nicht, so, nicht durchgängig, genau. So, die kann weg, glaube ich. Wenn gleich nichts mehr läuft, dann kann ich wenigstens beim nächsten Mal was zu reparieren. So, ähm, hier muss jetzt überall eine 2 hin, da muss eine 2 hin, hier muss eine 2 hin, und da auch, und hier, und da, und hier und da auch, und dann noch da, und hier nochmal, und hier, und da. so, 455, und hier noch, und da auch noch, so, und dann ändere ich hier einfach die Farbe vorne, auf irgendwas, schwarz wäre schlecht, da sieht man es nicht, ich nehme einfach mal rot, ich glaube rot sieht aber ziemlich blöd aus, oder? Obwohl es geht, kann man machen. Okay, ich habe mich für rot entschieden, so, so, rot, mehr rot, noch mehr rot, da noch ein bisschen rot, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer hier die Taste übertippe, oder ob die S-Taste hier kaputt ist, ist mir aufgefallen, dass mir das sehr häufig passiert, dass ich da nur Lid schreibe, statt List, ich kann es nicht genau sagen, da fängt die nächste Wand an, aber die ist ja auch noch da oben falsch, sehe ich gerade hier, das muss auch zwei sein, wobei es da ja noch egal war, okay, ähm, rot, da muss auch rot hin, und da hinten auch, so, oh, eine rote Wand, das wird großartig aussehen gleich im Dungeon, ich bin mir 103% sicher, dass das super wird, so, hier auch nochmal, so, da ist schon überall rot, da unten sieht noch irgendwas weiß aus, da an der Stelle, so, rot, das dürfte es gewesen sein, so, jetzt müssen wir unser tolles Objekt 2, natürlich noch in unsere Karte einfügen, wo haben wir die Karte denn, irgendwo, gleich, da, da ist sie, Santa, hallo, vielen Dank für den Follow, willkommen im Nerd Room, so, hier ist die Karte, ich hatte mich letztes Mal auf diese Position gestellt, mit Blickrichtung nach Norden, damit ich hier auf diese Wand zulaufe, und jetzt könnte ich ja mal einfach, irgendwo, ja, in diese Wand vielleicht direkt vor Kopf, das Objekt 2 einfügen, so, da ist jetzt also die Wand 2, ich könnte die Wand durchgängig machen, dann ist es so eine Geheimwand, wo man durchlaufen kann, komm, das machen wir, das halte ich für eine super Idee, eine Illusionswand, die total unauffällig ist, weil sie ja rot schimmert, da könnte man direkt flach drumrum binden, ich glaube, ich bin schon wieder zu weit, oder? da, da, durchgehen, 1 Ja, 0 Nein, so, also ich muss die Wand jetzt auf 1 setzen, beim Durchgehen, da ist die Wand aus Granit, und oben war die Wand aus Granit, glaube ich hoffentlich nochmal, und hier muss eine 1 hin, so, jetzt kann man durch die Wand eigentlich durchgehen, ich will nur nochmal sehen, so, da ist Objekt 0 nichts, hier auch irgendwo Objekt 1 Wand, ah, genau, weil ich oben bei nichts, habe ich ja überhaupt keine, keine Strings, die ich hinterlegen muss, weil nichts ja einfach ignoriert wird, so, gucken wir mal, was passiert, irgendwas wird passieren, es wird furchtbar sein, wahrscheinlich, oh, ich sollte öfter in den Chat schauen, ja, tut mir echt leid, wenn ich mich hier irgendwie drauf konzentriere, was haben wir denn im Chat, eigene Speicher, ja genau, die 460 ist jetzt falsch, was, wirklich, ich prüfe das jetzt lieber nochmal, nein, ich gehe jetzt einfach nach vorne, so, da ist sie, die rote Wand, da kommt sie auf und zu, wunderbar, hervorragend, und, man kann einfach durchgehen, und wenn ich weiter geradeaus gehen, müsste ich jetzt wieder auf die Wand zulaufen, da ist sie, so, ich gehe jetzt mal hier, einmal Richtung Osten, und gucke wieder nach Norden, jetzt ist die Wand auf der Seite, gucken wir mal, wenn ich jetzt geradeaus durchgehe, so, wunderbar, hier kann ich nicht nach Norden gehen, jetzt gehe ich aber hier an der Wand mal vorbei, an der roten, so, ja wunderbar, die unauffällige Illusionswand ist geglückt, also wir können jetzt einfach die Strings da unten so reinlegen, wie gesagt, die stehen jetzt fest im Code, die werden später natürlich von Diskette reingeladen, von daher ist es sowieso besser, das so zu machen, ansonsten hätte ich ja pro Dungeon, der irgendwie geladen wird, das soll ja alles möglichst dynamisch werden, nur ein festes Set an Grafik, und so kann ich die Grafik ja noch verändern, ich benutze jetzt hier auch noch den Standard Grafik Satz, vielleicht ändert sich das irgendwann auch nochmal, obwohl mir das eigentlich so gefällt, das sieht so schön rudimentär aus, das Ganze, naja, so, die 460 ist doppelt, so, das gucke ich jetzt noch schnell, mal eben schnell, so, 400 bis 470, na, 470, so, jetzt aber, die 460 ist doppelt mit, Objekt 2,8 mit der 450, genau, das ist dieselbe, du hast recht, also schmeiße ich die 460 einfach raus, und hoffe, dass es noch geht, wie es immer so ist, ja, wunderbar, scheint noch zu laufen, war allerdings eine von diesen Seitenansichten hier, wenn ich vielleicht mich jetzt so drehe, und jetzt mal hier auf der anderen Seite nochmal, da kommt es an, und durchgehen kann ich auch, und jetzt hier so einen Schritt, zack, ja wunderbar, ich stehe jetzt in der Wand, auf der Position, wo der Spieler praktisch steht, da sieht man natürlich nichts, könnte man auch noch irgendwas machen, aber, äh, es ist nicht vorgesehen, also von meinen Plätzen aus, ist die Position, auf der der Spieler steht, praktisch immer, eine leere Position, das kann man ja auch so machen, wenn man durch so eine Illusionswand, die durchgeht, oder einen Geheimgang, oder durch eine Tür, dann, wenn man den Schritt nach vorne geht, auf das Feld, wo die Tür ist, äh, dann kann das ja ruhig so, aussehen, also ich sehe da jetzt keine, äh, keine Nötigung, da etwas zu tun, an der Stelle, hehehe, was, ich soll mich umdrehen, umdrehen geht auch, wenn ich jetzt einen Schritt rückwärts gehe, dann stehe ich wieder vor der Wand, und hier kann ich, ich meine, man läuft ja immer durch die Karte durch, praktisch, hier laufe ich jetzt wieder auf die, rote Wand drauf zu, ja, also ich glaube, soweit funktioniert es, es ist ein bisschen schneller geworden, ein bisschen langsamer geworden, jetzt wieder durch diesen Stringumbau, ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich das Ganze jetzt, nochmal mit dieser Routine, äh, hier bespiele, ansonsten, bei Discord, äh, gerne mal vorbeischauen, sind auch immer, sehr nette, ähm, Diskussionen und so, und, äh, ein Follow da lassen, Glocke drücken, ihr, ihr kennt euch da aus, ich glaube, ich brauche euch nicht alles nochmal zu erzählen, ich bin soweit durch für heute, äh, sowohl, äh, im Kopf, als auch jetzt mit dem, was ich mir vorgenommen hatte, nämlich diesen Umbau hier zu machen, vielen Dank fürs Zugucken, ich, äh, wünsche euch noch eine gute Zeit, und ich würde sagen, wir sehen uns im Discord, zwinker, zwinker, so. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020